Hallo und herzlich willkommen auf meinem GIMT Tutorial Kanal. Mein Name ist Michael. Ich habe schon mal zwei verschiedene chromatische Effekte erstellt als Tutorials und sie auf meinen Kanal hochgeladen. Einmal ein Männerportrait und einmal ein Frauenportrait. Okay und jetzt da haben einige Abonnentinnen und Abonnenten Schwierigkeiten mit dem Nachbauen in manchen Situationen und dazu möchte ich jetzt eben hier noch einmal diese so eine Art also diesen chromatischen Effekt erzeugen um zu zeigen dass auch natürlich die Art des Bildes und die Qualität des Bildes dementsprechend mitverantwortlich sind. Wie man solch einen chromatischen Effekt zum Ende ja hinbringt und ich habe jetzt hier mal dieses Foto gerichtet das findet ihr wie immer in der Beschreibung des Videos damit ihr das nachbauen könnt. Das steht unter einer Creative Common Lizenz 2.0 so gut wie gesagt es ist immer unterschiedlich von Foto zu Foto von Qualität zu Qualität von Hintergrund zu Vordergrund und so weiter. Hier muss man etwas eben sich einfallen lassen sozusagen um diesen chromatischen Effekt einigermaßen hinzubringen. Und wie gesagt ich habe jetzt hier diese Vorlage gerichtet und ich werde jetzt hier diese Vorlage zweimal duplizieren. Warum zweimal? Als allererstes möchte ich hier die Haut ein bisschen weicher machen. Dazu rufe ich erstmal Jimmy auf ja und gehe hier auf Farben könnte es ja mal ein bisschen größer machen. Also das dauert länger heute ja nur so viel vorab damit auch alles geklärt ist oder zumindestens das meiste. Ich will das mal versuchen. Dann gehen wir hier auf Color Grading bzw. das ist natürlich schon mal falsch vor lauter Reden und Reden, sondern wir gehen auf, ich muss selbst gucken weil ich das nicht so oft benutze, detect skin. Genau und hier gehen wir auf Manual und bringen uns erst einmal hier das ein bisschen das Weiche nach oben gehen hier mit unserer X und Y Achse so hin, dass wir das Gesicht einigermaßen treffen, die Mitte treffen, noch ein bisschen vielleicht so und das gehen wir wieder ein bisschen zurück. So und den Radius werden wir ein bisschen vergrößern, in etwa so und bestätigen mit OK. Und ihr seht so haben wir jetzt hier die Haut zum großen Teil ausgewählt. Ich schalte jetzt die untere Ebene zu, rufe Jimmy erneut auf und werde jetzt einfacher mal hier bei Testing hingehen, ein Ferguson und werde hier Easy Skin Retouch nehmen. Ihr seht, ich mache mir das relativ einfach jetzt mit einer kurzen Retouche, so kann man das auch machen, da muss man jetzt nicht hier versuchen Frequenzen zu trennen und sonst was. Und ich klicke dann jetzt hier einfach mal auf OK und das dauert einen kleinen Moment, weil der Filter eben viel berechnen muss. Und ja, wir sind dann auch gleich soweit fertig. Übrigens, ich arbeite hier auf 16 Bit wie immer, das ist halt eine Gewohnheitssache und das behalte ich schon von Anfang an bei. Und ihr seht, hier hat sich das jetzt dementsprechend verbessert, ja, wir können, wenn wir wollen, noch gleich hier hingehen, zu machen und auf Reparieren gehen oder Repair, ja, Smooth Skin und können das automatisch drüber laufen lassen und hier die Haut noch ein bisschen weicher machen. Okay, ne, vorher, nachher, man sieht den Unterschied deutlich, rechte Maustaste nach unten vereinen. So, im nächsten Schritt beginnen wir jetzt mit den Vorbereitungen zu diesem chromatischen Effekt. Ich habe jetzt hier einfach mal eine transparente Ebene erstellt, stelle diese Ebene auf Abziehen und stelle die gleich mal hier auf 10% in der Deckkraft und dupliziere die, bleibe wieder auf Abziehen stehen und hier nehme ich 15%. Gehe zurück auf die zweite Ebene von oben und werde ich diese Ebene erst einmal mit Gelb füllen, ja, nehmt das Gelb hier und ziehe es hier hinein und jetzt werde ich die obere Ebene hier aktivieren und werde ein Rot nehmen, Rot, ja, oder Red, muss man ja schreiben hier, Red, ja, okay, und ziehe das hier hinein. Und ihr seht, wie sich das hier verändert hat, wir haben da ein bisschen das rausgenommen und rechte Maustaste auf die obere Ebene, sichtbare Ebenen vereinen. So, was können wir jetzt machen? Jetzt können wir natürlich hingehen, können sagen, okay, wir nehmen ein bisschen hier von der Sättigung schon zurück und so weiter, aber ich würde vorschlagen, lassen wir das erstmal so. So, im nächsten Schritt werde ich hier die Augen ein bisschen auffällen und das Weiß und die Pupillen, dazu werde ich hier dieses Abwedeln nachbelichten Werkzeug nehmen, lasse es auf Abwedeln stehen, nehme hier eine 0,75er Pinselspitze, stelle hier die Deckkraft auf 50% und ja, mache das mal ein bisschen kleiner, das war zu klein, ja, mal 25 vielleicht sowas und fahre jetzt hier einfach einmal. Über die Augen, damit die ein bisschen besser herauskommen. So, das war es schon. Und hier lasse ich RGB stehen und jetzt haben wir hier die drei RGB Kanäle, Rot, Grün und Blau und jetzt müssen wir uns entscheiden, nehmen wir Grün oder Blau, wir brauchen einen relativ guten Kontrast zum Hintergrund, vom Vordergrund her gesehen. Ich würde vorschlagen, nehmen wir das so, gehen auf bearbeiten, kopieren oder rechte Maustaste bearbeiten, kopieren, ja, gehen zurück auf unser Bild, bearbeiten, einfügen als neue Ebene, ja, so. Und um hier jetzt eine Maske erstellen zu können, schalte ich jetzt erstmal die untere Ebene aus und werde jetzt hier oben auf dieser Ebene weiterarbeiten, rufe Farben auf, Belichtung und gehe hier einmal auf 1, ja, so. Dann rufe ich Farben, Kurven auf und hier bei den Kurven werde ich eine umgekehrte S-Kurve machen, gleich so, dass ihr das seht, hier einmal brauchen wir den Hintergrund, das sollte ja relativ weiß sein und hell sein und wir brauchen hier, und ihr seht daneben dieses weiße, das müssen wir ein bisschen ändern, das schaffen wir aber, wenn ich hier so rausgehe und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel verlieren hier, so vielleicht und ihr seht, wie schnell das geht hier. Und ich würde vorschlagen, noch ein bisschen hoch hier, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, und lassen es mal so stehen. Nun gehen wir auf Farben, Werte und hier bei den Werten fangen wir jetzt erstmal hier an, in den Mitten, machen wir ein bisschen dunkler hier, ziehen die Höhen, also die Helligkeit wieder nach oben, das weiß, ja, machen wir das wieder ein bisschen dunkler hier, ziehen das noch ein bisschen, nach oben, unten, und so können wir uns da langsam rantasten. Ich würde vorschlagen, lassen wir das mal so, okay, da oben, das haben wir, das ist für uns kein Problem, das kriegen wir gleich weg. Also nehmen wir unseren Pinsel, 0,75er Pinselspitze hatte ich schon, nehmen wir ein weiches Zeichnen, macht es mal ein bisschen größer, und, das ist mir zu weich, weiches Zeichnen, machen wir wieder weg. Und wir werden jetzt erst einmal hier unsere Maske fertig erstellen, indem wir erst einmal hier alles mit schwarz ausmalen. Und zwar, wir malen erst einmal alles das schwarz aus, was wir freigestellt haben wollen, vom Hintergrund, also den Vordergrund. Ja, so, und, wenn das nicht ganz so genau ist, ist das später für uns kein Problem, weil im Gesamtbild später haben wir diese Probleme, dass da irgendwelche Haare fehlen, oder man den Eindruck hätte, es würden Haare fehlen nicht mehr. Ja, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, und gehe ich mal hier herein, so in etwa, so, und jetzt nehme ich das mal ein bisschen zurück hier, damit man mal sieht, wo wir hier sind, nehme ich eine 100er Pinselspitze, mache das mal relativ groß, und gehe mal hier, relativ, normal müsste man das jetzt größer machen, und noch besser machen, aber ich möchte ja hier euch nicht ein Video von zwei Stunden zumuten, ja, und dementsprechend mache ich das so ein bisschen ohne zu verkleinern, hier so, zack, und schon kommen wir der Sache langsam näher, ein bisschen größer machen hier, und zack, sieht eigentlich ganz gut aus, da haben wir noch so ein bisschen weiß hier in den Haaren, das lasse ich einfach so, oder macht das sogar dicht hier, je nachdem, wie gesagt, das fällt später nicht mehr auf, jetzt brauchen wir weiß, die Farbe weiß, um diese Maske zu vollenden, okay, was machen wir, wir gehen auf Farben, und werden hier erst einmal die Ebene invertieren, jetzt haben wir weiß in den Vordergrund gebracht, und schwarz im Hintergrund, und wir wollen ja, ähm, den Vordergrund freistellen, deshalb haben wir das so gemacht, gut, jetzt nehme ich mein Verschiebenwerkzeug, gehe auf Bearbeiten, jetzt können wir hier gucken, Ebene, was muss man machen, wir gehen rechte Maustaste bearbeiten, kopieren, also war der erste Schritt richtig, markieren die zweite Ebene von oben, Ebenenmaske hinzufügen, weiß volle Deckkraft, bearbeiten, einfügen, jetzt haben wir hier diese schwebende Ebene, die wir hier über das Ankersymbol in die Ebenenmaske verankern, und dann haben wir uns hier den Hintergrund freigestellt, wenn ich es jetzt zuschalte, sieht man den Unterschied nicht mehr, ähm, jetzt kann ich hier noch Ebenenmaske anwenden nehmen, und schon hat sich die Sache erledigt, hier, diese Ebene brauchen wir nicht mehr, die werden wir löschen, ich obdupliziere die Ebene hier einmal, und bringe sie ganz nach unten, falls ich einen Fehler mache, ja, damit ich die, äh, damit ich diese, ähm, Freistellungsgeschichte nicht noch einmal machen muss, gut, das war ja schon nochmal, äh, eine gewisse Strecke, die wir jetzt miteinander verbracht haben, jetzt werde ich diese Ebene hier einmal duplizieren, gehe auf Filter, Weichzeichnen, Gauscher Weichzeichner, und hier nehme ich einen Wert von 10, und zeichne diese Ebene weich, jetzt, ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten, hier Ebenenmasken hinzuzufügen, man kann eine weiße Ebenenmaske hinzufügen, kann die mit 80, 80 grau füllen, beispielsweise, oder ich nehme hier Graustufenkopie der Ebene, geht auch, und bestätige mit hinzufügen, und ihr seht, der Weichzeichner ist hier überall, über das Gesicht, über die Haare, und so weiter, ein bisschen drüber gelegt, und wir werden jetzt alles das, was wir nicht weich gezeichnet haben wollen, von diesem Weichzeichner freistellen, dazu werden wir hier die Vordergrundfarbe, Hintergrundfarbe wieder einmal einstellen, nehmen unseren Pinsel, ich nehme die 0,75er Pinselspitze, ähm, mache den ein bisschen kleiner, und jetzt war ich erst einmal hier, sehen wir den hier, ja, die ist markiert, über die Augen, ich nehme auch so ein bisschen hier unten, dieses, äh, die Wimpern da, diese Tusche, nehme ich mit, und werde das jetzt erst einmal freistellen, den Mund auch, ja, ihr seht, ne, der Weichzeichner wird jetzt hier dementsprechend entfernt, ihr macht den noch ein bisschen kleiner hier, ähm, und mache hier noch diese Lead Striche, oder wie man das nennt, so, ähm, natürlich kann man die Haare auch freistellen, wenn man das möchte, aber das lasse ich jetzt mal so, ja, rechte Maustaste, nach unten vereinen, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo viele scheitern, ähm, und zwar, wenn wir jetzt mit Freaky Details arbeiten, dann ist es besser, bei dem grammatischen Effekt, bei manchen Fotos, nicht bei allen, aber bei manchen Fotos eben, den Hintergrund entfernt zu haben, weil es gibt dann sehr große Halo-Effekte, die man nicht wegbringt, ja, also werde ich jetzt hier, äh, diese Ebene auch nochmal duplizieren, und bringe sie nochmal nach unten, falls ich einen Fehler mache, so, okay, wir gehen jetzt hier, gehen auf Filter, oder beziehungsweise G-MIC, machen hier alles zu, und, ähm, ja, hatten wir ja schon Eingabe-Ebenen, aktiven Standard brauchen wir, so, ähm, wir gehen jetzt auf Details, und gehen hier auf Freaky Details, und bei Freaky Details, ähm, machen wir das, schaffen wir das erstmal hier rein, und man sieht hier, wie, wie wieder Halo-Effekte entstanden sind, und so weiter, die werden wir jetzt beseitigen, wir werden dazu die, die Amplitude hier auf 1 bringen, die Skalierung hier auf 35, und die Luminanz, den Kanal lassen wir auf Luminanz stehen, und gehen auf 1-3, hier bei Parallel Processing, ja, und bestätigen mit, okay, so, und warum, jetzt sieht man, den Hintergrund freizustellen, beziehungsweise den Vordergrund vom Hintergrund freizustellen, hat Sinn gemacht, na, weil sonst hätten wir jetzt hier riesen Halo-Effekte außen herum, das wollen wir nicht, gut, also, das dupliziere ich mir auch mal, muss ich nicht, mache ich aber, so, ne, okay, also, im nächsten Schritt, werden wir jetzt hier dieses Foto, erst einmal noch mit, ähm, Farben bearbeiten, und zwar gehen wir auf Filter, Jimmy Gernotanzeigen, gehen hier auf Farben, und suchen uns hier HSL Adjustment, und bei HSL Adjustment, gebe ich erstmal hier 1,25 ein, in etwa, und bestätige mit, okay, so, jetzt haben wir das ein bisschen aufgehellt, nun werde ich die Ebene einmal duplizieren, gehe wieder zurück auf Gmig, mache hier zu, gehe auf Schwarz und Weiß, also Black and White, Black and White, und hier werden wir beim Kontrast eingeben, 1,20, vielleicht, ja, und dann arbeiten wir weiter bei Local Contrast, dann nehme ich 17,20, und beim Radius 195, und bestätige mit, okay, so, gut, was machen wir jetzt, jetzt werde ich diese Schwarz-Weiß Ebene, dreimal duplizieren, 1,2,3, schalte die oberen Ebenen aus, nehme die, 1,2,3, vierte Ebene von oben, also die erste Schwarz-Weiße Ebene, und stelle hier, den Ebenenmodus auf, weiches Licht, oder weiche Kanten, weiches Licht, Soft Light, ja, weiches Licht, dann schalte ich die ganz oben zu, die Ebene, stelle die auch, auf weiches Licht, nehme hier einen Wert von 25, schalte die zweite von oben zu, nehme Bildschirm, und hier werde ich auch einen Wert von 25 nehmen, und hier haben wir noch, die letzte, die wir benutzen müssen, auch hier geht es auf weiche Kanten, und auf 50%, okay, so, rechte Maustaste auf die obere Ebene, sichtbare Ebenen vereinen, jetzt haben wir hier unseren chromatischen Effekt erstellt, jetzt können wir natürlich hier Farben, Werte, beziehungsweise, was überlegen, Farben, Werte, genau, sagen wir mal, das noch ein bisschen aufhellen, vielleicht 1,12, maximal, ja, okay, warum habe ich den weggelassen, beim, diese Ebene weggelassen, hier, beim Zusammenführen, weil ich, diese, diese Ebene dann separat anpassen möchte, ja, okay, also, so, jetzt kommen wir der Sache schon langsam näher, beziehungsweise kommen auch langsam zum Ende, ihr seht, hier hat sich dieser chromatische Effekt drüber gelegt, schalte jetzt mal diese Ebenen zusammen, die dupliziere ich nochmal hier, und schalte die aus, hier, und da kann man jetzt noch ein bisschen rum spielen, okay, was mache ich, wir gehen auf Farben, Kurven, und werde jetzt erst einmal hier, außen herum, diese Kurve, nach unten ziehen, vielleicht noch so ein bisschen nach oben hier, schauen wir mal, wie weit das geht, noch runter, noch runter, noch runter, noch runter, ungefähr so, so ein bisschen, man kann das jetzt hier ganz abdunkeln, wenn man das möchte, vielleicht so, finde, wir können das mal so probieren, und wenn ich jetzt hier auf 50% gehe, und hier auf 30% gehe, dann hätte ich das jetzt auch irgendwie schon ein bisschen hier besser gemacht, gehen wir mal hoch, so, und schauen uns jetzt mal hier an, wie wir das machen, also ihr seht, ihr könnt dann jetzt hier über die Ebenen Deckkraft, der einzelnen Ebenen, diesen chromatischen Effekt, dementsprechend herstellen, ob ihr das so wollt, oder so, je nachdem, man muss natürlich bedenken, bei diesem Foto eben, das ich genutzt habe, dieser Vorlage, war natürlich schon, eine Vignettierung vorhanden, die man natürlich hier sieht, und die auch dementsprechend wirkt, wenn man die Ebenen bearbeitet, ja, also, nochmal, kann man zurückziehen, man kann probieren, über Ebenenmasken, beziehungsweise, über Ebenen Modi, etwas zu verändern, und, ja, wenn wir den rausnehmen, hier wäre es mir, ehrlich gesagt, zu viel, also gehen wir wieder zurück, auf 50% vielleicht, oder, das ist zu wenig, um 70%, den Multiplizierer hier, den machen wir wieder weg, dann lassen wir auf normal stehen, und, so wird es am schönsten, also, ich hoffe, ich konnte hier noch ein paar Sachen klären, wie gesagt, wichtig ist, dass man eben, bei manchen Fotos, wo man diesen Effekt anwenden will, oder bei manchen Bildern, wo man diesen Effekt anwenden möchte, eben mit dem Hintergrund, manchmal in Schwierigkeiten kommt, wenn das ein metallener Hintergrund ist, wenn das zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, irgendwie ein Metallgitter ist, oder, 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 Lochbleche, oder irgend sowas, dann braucht man das vielleicht, eventuell gar nicht rausschneiden, aber bei allen anderen Hintergründen, wird es schwierig, und deswegen kommen auch manche, Abonnentinnen und Abonnenten, die dann diesen Effekt nachbauen, ins Trudeln, und schaffen das nicht, und probieren das mit vielen, verschiedenen Fotos, und es klappt nicht, also, bevor man eben, wie gesagt, auf, freaky Details geht, auf diesen Vorgang, wäre es sinnvoll, den Hintergrund, den Vordergrund vom Hintergrund, freizustellen, um große Hallo-Effekte zu vermeiden. Okay, ich hoffe, ich konnte jetzt nochmal einiges klären, wenn es mir gelungen ist, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben, schreibt mir einen Kommentar, vielleicht, und ja, für die neuen Menschen, die hergefunden haben, und auch für die Abonnentinnen und Abonnenten, ich habe die Links zu den beiden vorhergehenden, chromatischen Effekten, also einmal das Frauenporträt, und einmal das Männerporträt, in die Beschreibung des Videos, unten reingegeben, da könnt ihr draufklicken, da könnt ihr sehen, wie unterschiedlich diese, ähm, Herangehensweisen manchmal sind, allerdings, ist alles, äh, durch den Workflow, sozusagen, den ich benutze, als chromatischer Effekt, anzuschauen, oder anzusehen. Okay, herzlichen Dank, heute ist Sonntag, habt noch einen schönen Sonntag, und macht's euch schön, bis zum nächsten Mal. 지, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.